Musik Huhuhu Leute, ich bin Flascher. Willkommen zum ersten Video meiner neuen Video-Guide-Reihe zu Raid-Bossen. Ich möchte in Zukunft wirklich sehr ausführliche und detaillierte Raid-Boss-Guides für euch machen. Das will jetzt das erste Video sein und ich habe mir gedacht, vor jedem Wing ist es vielleicht sinnvoll, erstmal so eine Art Wing-Übersicht zu machen. Das heißt erstmal zu sagen, ja allgemeine Informationen, was ist das für ein Wing, wann kam der raus, welche Bosse sind da, was kann man da bekommen, wie sollte man sich vorbereiten und sowas. Und genau das wollen wir jetzt heute auch machen mit dem ersten Raid-Wing und ihr müsst dann auch, das verspreche ich euch, nicht lange warten, bis dann die entsprechenden detaillierten Boss-Guides kommen. Na ja, also fangen wir einfach mal an mit dem Geistertal. Wing 1, das ist der erste Schlachtzug, den es jemals gab. Es gibt insgesamt vier legendäre Einsichten, also so gesehen vier Boss-Encounter in diesem Wing. Einmal den Talwächter, dann den Geisterwaldlauf, das ist mehr oder weniger nur ein Event und kein richtiger Boss. Gibt aber trotzdem eine legendäre Einsicht, dann gibt es Gorseval und Sabeta. Ja, veröffentlicht wurde der Wing am 17. November 2015, also nach Heart of Thorns. Das war ein großes Feature von Heart of Thorns, dass diese Raids hinzugefügt wurden, allerdings gab es die nicht direkt zum Release von H.O.T. Okay, also, ja, ich möchte euch jetzt wie gesagt ein paar Sachen über den Wing sagen, was Schwierigkeit angeht, was ihr für ein Full Clear beachten müsst, wie ihr euch vorbereiten könnt. Allerdings halt nicht so komplett allgemeine Dinge, wie jetzt zum Beispiel, was ist überhaupt eine Team-Comp oder wie benutze ich Arc-DPS. Dafür habe ich schon mal ein extra Video gemacht namens How to get into Raids. Am besten guckt ihr euch das dann mal an. Ich packe es euch auch in die Videobeschreibung. Wir wollen uns heute wirklich nur speziell mit Wing 1 befassen, was da das Besondere sozusagen ist. Es spielt storymäßig nach Heart of Thorns, also man sollte erst die Heart of Thorns, wenn man sich für die Story interessiert, erst die Heart of Thorns-Story durchspielen und danach dann den Raid Wing machen. Der Eingang ist da, wo auch alle anderen Raid Wing-Eingänge sind, im Flughafen von Löwensteinen und hier ist es der Eingang ganz rechts. Also die Wings sind sozusagen auch von ihrer Release-Zeit durchnummeriert, allerdings fangen sie rechts an und gehen dann nach links. Naja, wir haben außerdem auch einen bestimmten NPC in diesem Wing namens Glenna, den es in jedem einzelnen Raid Wing gibt und das ist sozusagen der Händler der Raid Wings. Ihr könnt ja immer bei den verschiedenen Bossen besondere Items droppen und wer natürlich Pech hat und das nicht droppt, der schaltet aber zumindest immer nach einem Raid Boss Kill, schaltet er diesen Händler frei und dann kann man die Items, die man theoretisch droppen kann, kann man da einfach kaufen mit einer bestimmten neuen Raid Währung. Also sobald ihr jetzt sagen wir den Talwächter einmal getötet habt, könnt ihr erstens bestimmte Raid Masteries freischalten, die ihr zum Teil auch braucht, dass zum Beispiel einige Bosse leichter werden und auch einige Bosse lassen sich übrigens auch nur mit bestimmten Masteries überhaupt töten, beispielsweise braucht ihr in Wing 3 für den Endboss Ley-Linien geleiten. Aber es gibt halt auch noch spezielle Raid Masteries, die schalten sich dann frei, dann könnt ihr auch mit so Teleport-Rissen reisen, wodurch ihr dann immer zu Bossen hinreisen könnt, die sich weiter hinten im Wing befinden, dass ihr nicht immer durch den kompletten Raid durchlaufen müsst, sondern ihr könnt so eine Art Schnellreise-Teleport-System verwenden. Naja, und bei Glenna könnt ihr wie gesagt die Boss-Rewards auch einfach kaufen, wenn ihr nicht das Glück habt, die zu droppen. Die Raid-Währung, um das überhaupt kaufen zu können und auch um Minis zu kaufen und sowas alles, kriegt ihr auch bei einem Raid-Boss-Kill, das sind Magnetitscherben. Oder aber wenn ihr einfach einen Boss bis zu einer gewissen Lebenspunkt der Grenze killt oder runterkriegt, dann aber wiped, dann kriegt ihr trotzdem anteilig ein paar Magnetitscherben. Das heißt, selbst wenn ihr hundertmal den Talwächter verkackt, habt ihr trotzdem irgendwann genug Magnetitscherben, um euch mal irgendwas zu kaufen. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen schaltet sich der Händler sowieso erst frei, sobald ihr mindestens einmal einen Kill gemacht habt. Okay, was haben wir sonst noch? Ja, als erstes kommt der Talwächter in diesem Wing. Da müsst ihr vorher drei kleinere Mini-Bosse bekämpfen, die erklären euch schon mal die verschiedenen Mechaniken, die während des Bosskampfes vorkommen. Und dann danach kommt der Boss selbst. Wie gesagt, einen wirklich detaillierten, ausführlichen Guide zu diesem Boss wird es dann in den nächsten Wochen geben. Vermutlich nächste Woche. Und ja, dann könnt ihr euch ganz genau angucken, wie genau man diesen Boss bekämpft. Er ist, ja, ich würde sagen mittelschwer dafür, dass es der erste Raid-Boss ist, den es jemals gab, der jemals rausgekommen ist, ist es nicht mal der leichteste. Also es gibt mittlerweile definitiv Raid-Bosse, die einfacher sind und vielleicht auch, ja, besser für Anfänger, um überhaupt mal einen Kill zu schaffen und in Raids reinzuschnuppern. Aber es ist nun mal der erste, mit dem wir uns damals, 2015, als das Spiel rauskam oder als die Raids rauskamen, nun mal einfach befassen mussten. Und wir hatten gar keine andere Wahl, als diesen Boss als erstes zu machen. Trotzdem, dadurch, dass der Boss so, ja, alt ist und sich die Community schon echt gut an den gewöhnt hat, ist er eigentlich auch in Pack-Gruppen relativ gut zu schaffen. Und so gut wie jede Pack-Gruppe schafft den eigentlich auch nach zwei, drei Mal. Es gibt mittlerweile sehr gute Strategien, die alle leicht ausspielen können. Von daher würde ich den jetzt eher als mittelschwer bezeichnen, wenn jetzt eine Static-Gruppe, die noch niemals vorher Raiden war, gemeinsam zu zehnt mit Raiden anfangen will und dann auch mit dem Talwächter anfängt. Dann ist er schon eher mittelschwer beschwer, würde ich fast sagen. Gut, der Talwächter hat eigentlich aber nur wenige Mechaniken, die man größtenteils auch ziemlich gut sehen kann. Trotzdem muss man die schon relativ sicher ausspielen. Da ein paar Mechaniken dabei sind, die wirklich sehr, sehr viel Schaden machen. Mal ebenso mit einem auf einem Schlag 80% der Lebenspunkte der Spieler und das zum Teil auf alle zehn Spieler gleichzeitig. Von daher muss man da ein bisschen aufpassen. Er hat auch ein paar Mechaniken, wo man wegteleportiert werden kann. Wenn sich hier permanent alle Spieler zum Beispiel wegteleportieren lassen, dann passt es irgendwann mit dem DPS nicht mehr. Der DPS-Check bei diesem Boss ist nicht riesengroß, aber wenn man permanent alle Spieler verliert, weil sie wie wild rumgeportet werden, dann wird es gar nicht so einfach, das zu schaffen. Gut, getankt wird der Boss von dem Spieler, der die meiste Zähigkeit hat. Das muss man sich also vorher absprechen. Man braucht also auf jeden Fall einen gezielten Tank für den Boss. Außerdem braucht man jemanden, der Segen entfernen kann. Auch das wird wichtig. Und das ist auch ganz selten generell in Wings. Das ist auch eine Mechanik, die wurde in den Raid Wings eingeführt und kam danach gar nicht mehr so oft vor, dass man gezielt Segen entfernen muss. Das muss man hier allerdings. Man braucht zwingend zwei bis drei Kondi-DPS-Spieler oder generell Spieler, die Zustandsschaden machen. Man muss eine Breakbar brechen. Das heißt, man braucht CC-Effekte, also Flächenkontrolleffekte oder Gruppenkontrolleffekte. Und man muss Gegner wegschubsen oder fesseln können. Also schon relativ viele Mechaniken hier direkt im ersten Boss, beziehungsweise ziemlich viele Sonderaufgaben, die ausgeführt werden müssen bei diesem Boss. Allerdings ist das alles nicht so schwer. Das lässt sich größtenteils von einem Spieler machen pro Aufgabe und manche Spieler oder Klassen können sogar direkt mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen und es ist auch immer nicht so schwer zu machen. Aber wie gesagt, wie genau ihr eure Gruppe aufbaut, welche Klassen ihr genau braucht und wie man die Mechaniken am besten ausspielt, findet ihr dann im entsprechenden detaillierten Guide. Naja, so dann nach dem Talwächter kommt ein Event, das auch eine legendäre Einsicht gibt, zählt also so gesehen auch als Boss-Encounter, obwohl es eigentlich nur ein Event ist. Durch die drei Bosse und dieses Event könnt ihr, wie schon gesagt, vier legendäre Einsichten in diesem Wing holen. Und ihr müsst jetzt hier bei diesem Event zuerst in so eine Art Kampf-Arena Gebiete einnehmen. Das sind immer so Kreise, wo ihr reinlaufen müsst und dann nehmt sich mit der Zeit, wenn genug Spieler drinstehen, dieses Gebiet ein und ihr müsst das schnell machen, weil die Gebiete, die kommen ganz schnell hintereinander und explodieren nach einer Zeit. Und ihr müsst die immer einnehmen, bevor die explodieren. Und zusätzlich gibt es auch noch ganz viele Ads, die ihr nebenbei auch noch bekämpfen müsst. Das kann ein bisschen stressig werden. Es ist nicht super schwer, kann allerdings ein bisschen stressig werden, je nachdem, wie schnell hintereinander oder an welchen Positionen diese Einnehmgebiete kommen. Da kommt man manchmal nicht schnell genug hinterher. Wer hier allerdings mit Kronos beispielsweise spielt, die Portale machen können, dann kann der Krono natürlich immer schnell das ganze Team hin und her porten. Und das macht es wirklich sehr, sehr viel einfacher. Wie genau das aussieht und wie man das dadurch super einfach machen kann, werdet ihr dann auch noch in einem entsprechenden Guide erfahren. Genau, wenn die Portale, wie gesagt, nicht klappen, explodiert man und man wipet, aber das passiert ehrlich gesagt gar nicht so oft. Die meisten Gruppen, selbst Packgruppen, schaffen das eigentlich ziemlich easy. Wenn man genug von diesen Rissen eingenommen hat, geht so eine Art Geisterwand auf. Man kommt in den nächsten Raum. Hier muss man einfach nur ohne Ende Gegner töten. Das ist auch nicht schwer, da ist ein Champion bei, aber eigentlich, ich habe ehrlich gesagt noch nie, seit 2015, noch nie eine Gruppe in diesem Raum wipen gesehen. Also das sind größtenteils nur Trashmobs, wenn das Team zusammenbleibt. In den meisten Fällen versteckt man sich da hinter einer Säule, um alle Gegner auf einen Punkt zu ziehen, dann ist das eigentlich kein Problem. Hat man auch hier alle Gegner getötet und man muss theoretisch nicht mal alle töten. Denn die Geisterwand geht vorher schon auf. Dann kommt das nächste Event. Man kann jetzt ab hier auch eine Art Bonus-Kiste bekommen. Es gibt an der Wand eine Fackel, die kann ein Spieler mitnehmen. Der Spieler kann dann ab diesem Zeitpunkt zwar nicht mehr kämpfen, wenn er die Fackel in der Hand hat, aber man kriegt später eine Kiste. Die ist nicht wirklich wichtig, dass größtenteils nur Schrott-Items sind da drin, so grüne und blaues Gier. Aber es können auch Sachen für die legendäre Rüstung drin sein. Und darum, ja gerade am Anfang, solange man das nicht hat, lohnt sich das vielleicht, wenn das ein Spieler mitnimmt, diese Fackel. So, dann müssen wir durch den Geisterwald laufen. Das ist eine Art Wettrennen gegen eine schwarze Wand, die von hinten kommt. Das heißt, man muss vor dieser schwarzen Wand weglaufen und dabei die ganze Zeit wieder Gebiete einnehmen, wie man schon aus dem Anfang des Events kennt. Und Geisterwände zerstören, indem man draufhaut. Und so muss man einfach nur durch den Wald rennen bis ans Ende. Auch hier kann man wieder ein bisschen abkürzen, indem man Chrono-Portale benutzt. Und hat man das auch geschafft, kommt noch ein einzelnes Event am Ende. So eine Art Ruine, wo fünf Knöpfe versteckt sind. Die sind übrigens immer auf den gleichen Positionen. Das heißt, wenn ihr die einmal kennt, ist das ziemlich easy. Und es müssen sich einfach nur fünf dieser zehn Spieler auf diese fünf Knöpfe gleichzeitig draufstellen. Dann geht die letzte Wand auf und ihr kriegt eure legendäre Einsicht. Und könnt dann auch hier am Ende die Fackel abgeben, um noch eine Bonustruhe zu bekommen. Okay. Was haben wir als nächstes? Dann kommt Gorseval. Achso, dieser Geisterwaldlauf ist übrigens mit das einfachste, was es gibt. Also diese legendäre Einsicht ist fast free, dass man sich die wöchentlich holen kann, um ein paar legendäre Einsichten zu bekommen von diesem Geisterwaldlauf. Dann als nächstes haben wir Gorseval. Der Boss kann sehr unterschiedlich sein oder ausfallen, je nachdem wie viel Schaden die Gruppe hat. Generell ist Gorseval einer der ersten und auch fast einzigen Bosse, die so eine Art Mini-DPS-Check haben. Das heißt, man muss einfach einen gewissen DPS an den Tag legen, um den Boss gut besiegen oder bekämpfen zu können. Und wenn man hier sehr viel DPS hat, oder was heißt sehr viel? So viel braucht man gar nicht, aber mehr DPS, als man hätte, wenn alle zehn Spiele einfach nur irgendwelche Random-Tasten drücken und so irgendwie Schaden machen. Das heißt, wenn die Leute ein bisschen Ahnung von ihrer Rotation haben und sozusagen, ja sagen wir, guten durchschnittlichen Schaden machen, dann kann man hier sogar einige Mechaniken überspringen von dem Boss. Und dann wird der Boss wirklich sehr einfach, weil dann ist es wirklich fast nur in der Mitte stehen, auf den Boss draufhauen und permanent die ganze Zeit eigentlich nur seine Rotation durchziehen, ohne dass man sich groß mit Mechaniken auseinandersetzen muss. Das ist halt das Gute. Der hat einerseits einen DPS-Check, um ihn überhaupt zu schaffen, aber mit sehr viel DPS kann man sogar ihn sehr einfach machen. Das ist das Besondere. Allerdings mittlerweile schaffen auch Packgruppen, das heißt Gruppen aus dem LFG selbst, die schaffen mittlerweile diesen zweiten DPS-Check, um Mechaniken zu überspringen. Von daher, die Community ist mittlerweile schon relativ gut, dass sie es fast immer hinkriegt, den Boss wirklich so leicht auszuspielen, dass der ziemlich einfach schaffbar ist. Hat also auch nur wenige Mechaniken, vor allem, wenn man diese Mechaniken auch noch überspringt. Sonst wird der Boss sogar ganz schön kompliziert, wenn man alle Mechaniken ausspielen will. Getankt wird wieder von dem Spieler mit der meisten Zähigkeit, also auch hier muss man sich wieder vorher absprechen. Hilfreich bei dem Boss ist, wenn man zum Beispiel Stubby oder Aegis hat, weil er ein paar Attacken hat, die einen hinschleudern. Wenn man die einfach umgeht, ohne dass man darauf achten muss, dass man im richtigen Moment ausweicht, und das sind noch alle zehn Spieler, und man gibt den Spielern einfach Stubby oder Aegis, dass sie einfach nur dastehen können und weiter in den Boss reinhacken können, macht das das Ganze natürlich einfacher. Außerdem sollte man ein paar Fernkampfangriffe haben. Viele Klassen haben das sowieso, dass sie in irgendeiner Weise auch mal einen Fernkampfangriff haben. Und man sollte Gegner fesseln können. Auch hier müssen nicht alle zehn Spieler extra was mitnehmen, sondern es reicht zum Beispiel, wenn der Droide einfach umschlingen als Elite hat, oder mal seinen Avatar Fünfer kanalisiert, dann reicht das in den meisten Fällen schon. Aber Gegner fesseln ist hier sehr gut. Und sehr wichtig, auch bei dem Boss wichtiger als beim Talwächter, ist hier CC, also Gruppenkontrolleffekte. Hard- und Soft-CC sollte man hier mit haben und sich zur Not auch absprechen, dass vielleicht der ein oder andere Spieler noch gezielt an seinem Bild den ein oder anderen Skill anders mitnimmt, einfach um ein bisschen mehr CC zu haben insgesamt. Trotzdem, ja, die meisten Gruppen schaffen Gorseweil mittlerweile ziemlich gut. Eine komplette Anfängergruppe auch hier könnte ein paar Probleme kriegen, gerade wenn der DPS nicht stimmt. Es gibt, wie gesagt, einen kleinen DPS-Check. So. Außerdem, was auch besonders ist bei diesem Boss, dieser Boss ist einer der wenigen Raid-Bosse überhaupt, von allen Raid-Wings gesehen, die eine Infusion droppen können. Das heißt, ihr könnt hier ein relativ teures Item droppen, was eine 9er-Infusion mit Attributwerten ist. Und diese Infusion hat auch noch einen Effekt. Das ist die Geisterhäfte-Infusion, die kann nur Gorseweil droppen. Allerdings, wenn ihr Gorseweil einmal bekämpft habt, könnt ihr natürlich auch hier wieder, wie gesagt, bei Glenna das Item einfach kaufen. Ist allerdings relativ teuer. Danach kommen wir zum letzten Boss, nämlich Sabeta. Auch hier muss man, um überhaupt zu Sabeta kommen, wieder ein paar Gegner töten. Aber das sind auch nur Trash-Mobs. Einfach den Weg entlang laufen, alles mitnehmen. Und dann kommt Sabeta. Die ist jetzt ein bisschen schwieriger. Die hat nämlich zum Beispiel eine One-Shot-Attacke. Das heißt, wenn man da nicht aufpasst und man wird davon getroffen, ist man sofort tot. Auch ohne Downstate sofort tot. Und wenn man hier regelmäßig einzelne Spieler verliert, weil die einfach nicht aufmerksam sind, dann ist der Boss natürlich gar nicht so einfach, wenn man die ganze Zeit low-main, also mit weniger Leuten, diesen Boss bekämpfen muss. Und es müssen halt alle zehn Leute aufpassen, nicht davon getroffen zu werden. Außerdem braucht es relativ viel Koordination, weil hier jeder Spieler aufpassen muss auf bestimmte Mechaniken. Man braucht außerdem auch hier wieder ungefähr drei Spieler mit Sonderaufgaben, die permanent auf der Plattform rumlaufen müssen, an andere Orte müssen, die also nicht normal bei dem Kampf mitkämpfen können. Die muss man also auch vorher ausmachen. Und auch die müssen aufmerksam sein. Und der Rest der Spieler, der muss die auch noch ein bisschen unterstützen. Das heißt, dadurch, dass das wirklich so viel Koordination benötigt, dieser Boss, und auch noch One-Shot-Attacken hat, die einen sofort töten, ist der wirklich relativ schwer, der Boss. Aber es ist ja auch der letzte des Wings. Und in den meisten Fällen sind natürlich die Wing-End-Bosse natürlich das Schwierigste an dem Wing. Man muss hier, wie gesagt, gerade als Anfängergruppe ein bisschen mehr Zeit einplanen und vor allem auch Voice. Also am besten irgendeinen Voice-Chat benutzen, egal ob Teamspeak oder Discord. Hauptsache, ihr könnt da ein bisschen kommunizieren. Zumindest mal zuhören. Wenn ihr einen Spieler habt, der ein bisschen Ahnung davon hat, der Ansagen machen kann, dann sollten zumindest alle zuhören, denn Ansagen machen diesen Boss sehr, 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 sehr viel einfacher. Wenn man einen Spieler hat, der den Boss kennt und Ansagen machen kann und sich die anderen darauf verlassen können, dann klappt das mit der Koordination sehr viel besser. Ja, habt ihr irgendwie Sabeta geschafft? Da habt ihr den ersten Wing abgeschlossen. Insgesamt ist er, ja, ich würde mal sagen, mittelschwer, der Raid-Wing. Obwohl, dadurch, dass er so einfach, so alt ist und die Community sich schon so gut an den gewöhnt hat, würde ich fast leicht bis mittelschwer sagen, vom Schwierigkeitsgrad. Aber es gibt definitiv leichtere Bosse, wenn ihr wirklich komplett von Null anfangen wollt. Genau. Trotzdem ist es halt ein guter Startpunkt, weil ich meine, die Community insgesamt hat mit diesem Wing angefangen. Wir hatten damals gar keine andere Wahl, als diesen Wing als erstes zu spielen. Also können das andere Anfängergruppen auch so machen. Es ist schon ein guter Start, sage ich mal so. Es gibt eine eigene Erfolgskategorie für den ersten Wing mit 21 Erfolgen. Das heißt, ihr könnt hier auch Erfolgspunkte sammeln, ihr könnt Masteries sammeln und es gibt zum Teil auch Kisten für den ersten Kill. Oder wenn ihr einen Raid-Boss das allererste Mal besiegt, gibt es nochmal eine extra Bonuskiste mit ziemlich gutem Loot drin. Das heißt, das lohnt sich, das zu holen und man kann auch hier schon einige Dinge für die legendäre Rüstung bekommen. Sobald ihr einen Boss tötet, schaltet ihr die Sammlung für die legendäre Rüstung frei und ihr könnt dann auch während des Wings schon einige Sachen abschließen von der Sammlung, um an die legendäre Rüstung zu kommen. Also wenn ihr noch nie Raiden wart, versucht es einfach mal, auch mit einer Packgruppe. Wie gesagt, die Community ist mittlerweile gar nicht so schlecht, hat ziemlich safe Strategien. Raid Wing 1 ist definitiv einer, mit der man anfangen kann, wenn man da Bock drauf hat. Und ja, wenn ihr euch ein bisschen drauf vorbereitet, mit diesem Video oder dann auch den detaillierten Bossguides, die dann demnächst rauskommen, dann seid ihr auf jeden Fall optimal vorbereitet für den Boss. Ihr könnt natürlich auch einfach mal bei uns im Discord vorbeikommen oder bei diesen Anfänger-Raid-Events mitmachen. Haben wir ja schon einige gemacht in der Community und da war zum Beispiel auch schon Wing 1 mit dabei. Haben wir auch schon mit einer Anfänger- bis fortgeschrittenen Gruppe, haben wir den kompletten Wing sogar schon gecleart in einem Livestream. Und ja, von daher schaut da einfach mal vorbei, wartet auf die ausführlichen Bossguides, die dann demnächst kommen und schreibt in den Kommentaren natürlich, was ihr von dem Video gehalten habt, wie ihr es findet und ob, wenn ihr natürlich, wenn ihr selber auch noch Tipps habt, schreibt die natürlich auch rein. Von daher, ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg. Bleibt gesund und wir sehen uns dann in den nächsten paar Videos wieder. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Diagram's około 1 Untertitelung des ZDF, 2020